Das war einfach ein sehr interessantes Beispiel, weil ich habe jetzt gerade überlegt, ob man den Prozess damals vorwerfen hätte können, dass zu wenig Kommunikation stattgefunden hat. Das würde ich jetzt aber eigentlich verneinen, weil es wurde ausführlich und regelmäßig darüber gesprochen. Es wurde auch nachgefragt, so ja und, machst du das eh, willst du das machen oder soll das wer anderer übernehmen? Also ich finde, der Kommunikationsprozess an der Stelle hat gut funktioniert, wenn dann aber sozusagen der Einzelne dann trotzdem auslässt, in dem, was er sozusagen verspricht, also da sind wir wieder beim Ownership, in dem, was er verspricht, dann ist es natürlich schwierig. Und wie willst du noch dazu, wenn es darum geht, jetzt in dem konkreten Beispiel, deine Führungskräfte zu managen? Ja, also ich glaube, irgendwann ist dann natürlich Schluss mit den Möglichkeiten. Also du kannst halt, du kannst probieren, aus deiner Sicht heraus den Kommunikationsfluss zu erhalten und auch vielleicht auszubauen etc., immer wieder dran zu bleiben und zu interagieren. Was ja noch dazu, nach oben hin, dein sozusagen, dein Kapital, das wäre ein Beispiel für, wo du Stückchen für Stückchen vielleicht sogar dein eigenes Kapital nach oben hin reduzierst, weil du natürlich dadurch nervig wirst, aber einfach in Wahrheit auch ausdrückst, wie wichtig dir die Sache ist. Also je nachdem, wie es dann ausgeht, kann man das dann in beide Richtungen beurteilen wahrscheinlich. Aber nichtsdestotrotz, wenn es dann an der entscheidenden Situation oder Stelle, wie so bei einer Performance von einer Turnerin oder so, wo du, ja, da gibt es dann den Tag, da gibt es dann den Wettkampf und wenn du es dann dort nicht bringst, dann kannst du vorher natürlich kommuniziert haben etc., was du willst, dann wurde es halt nicht gemacht. Vielen Dank.